Ein Max steht schon seit Jahren im Schuppen des Wassersportvereins Wildeshausen. Am Sonntag kam auch noch der Moritz dazu. Ein Gig-Einer, der Ruderern vor allem als sportliches Wanderboot dienen soll. Johann und Frieda tauften gemeinsam mit Vater André Spalthoff das gut 4.300 Euro teure Boot. Vereinsvorsitzender Jochen Kranz wünschte in seiner Taufrede allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Die Umstellung auf die Sommerzeit nutzten die Wassersportler gleich zu einer Frühlingsfahrt. 14 Aktive fuhren auf der Hundschil bis zum Wehr in Pestrup.